ja leute ich komme zu jaso 2 mit fibo hey jaso 2 startet in 60 sekunden wir haben schon eine satz und zwar rennen wir da lang und ja wir machen das so wie wir vorhin besprochen haben vielleicht kennen ja noch leute fibo wir hatten ein video zusammen aufgenommen und zwar das war das lucky war bewerbung genau wir wurden aber nicht aber wir wurden aber nicht angenommen weil ich meine ich mache ganz kurz ihr seht ganz kurz schwarz bild aber es nicht so schlimm ich mache mich ganz kurz mal mein kopf lautstärke ein bisschen leiser weil die sechner 30 sekunden müssten wir nicht schaffen okay wir haben die taktik ich hoffe mal dass die hier diese da weil das sind die vom projektmacher schon auf jeden fall bei denen vorbei ich hoffe ich habe die verlinkt ok ok 15 sekunden gg 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 jetzt geht's los 10 9 ok 8 5 5 4 3 2 1 ab perfekter start ich ja ja vor den über die ab ja jetzt runtergefallen da liegt da der liegt da ich habe mein praktisch bekommen jetzt ja 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 ob wenn du kannst schnell es kraften legt mach einfach mach einfach 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 machen mir direkt das server leckt voll ja lol nice ok ich hab das hier besser weiter links weil hier war ja ja ich hab auch mal gesehen ok lassen lassen kür essen da ist da sind welche da sind welche da willst du klatschen da sind welche der ist ja der ist einer oh mein gott oh mein gott das auch dein schwert noch das zuckerrohr und da liegt essen dass das nicht das klassen kommen ja nein komm mit komm mit komm mit zu den kühlen da hinten ich hab 33 mal zuckerrohr so ich brauche mich das halt macht es ja richtig kann er schreiben ok leute auf jeden fall leck freier start bei mir nicht das war er und ich habe schon jeder das wird aber wir dürfen nicht die ganze zeit ausbauen sein weil ich hier können wir die ganze zeit welche zurückkommen oh mein gott pass auf das lava erst jetzt wieder was wir können ja 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 wie bei alter was geht denn bei dem ab siehst du mich eigentlich alles ist alles gut okay dass wir den berg hoch das sind wir bestimmt ja du hast du hast du hast die im da getötete ich keine ahnung frage mich nicht vom da gerade gebraten ist vielleicht ab ich habe das einfach mal aufgesammelt wenn das da schon nicht mehr auch okay da ist eine freie fläche nice ok jetzt liegt es auch nicht mehr bei mir auf jeden fall ja bei mir auch nicht nice ok ich schreib das mal ok weiter lass nicht schütten ja 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 jetzt noch soviel kürt die müssen wir mitnehmen alter ja hast recht die da aber links nicht weil da in die Richtung können die danke ran so wer sein hier junkie krebslex wieder ok ich weiß nicht was bei dem server gerade abgeht ja aber das ist halt weil wir gerade alle in verschiedene richtungen rennen ja wenn so viel chance wahrscheinlich gerade geladen renn weiter renn nach rechts das mal ist das ist das da hinten ein sumpf nee ok schade längst du noch mehr gewonnen und goldene äpfel noch nicht haben jonas wurde wegen combat lock ein striken zugefügt als ob der ausgelockt ist während er verfolgt oder so als auf aber schon echt ein paar leute it's qualex hat wieder eingetötet alter was geht denn bei dem abjunge die hat schon zwei kills und okay ja wir sollten ernsthaft angst vor der pvp junkie haben der hat auch ein kill ja dann wird aber nach rechts abgeschweift sein bei den leuten die wohl halt da waren ja wir hatten auch fast einen schade dass wir den nicht bekommen haben das war okay ja ich würde den jetzt auch nicht die ganze titel herren und das noch das zuckerrohr richtig viel willst du mir das sogar vielleicht geben weil dann haben wir beide habe ich beides für was wir brauchen zum entstanden ich gebe doch dass die da kommen ja genau aber gleich snicken oder nee keine ahnung wollen wir dann gleich jetzt holz abbauen und hier rein ich weiß nicht ich habe wir haben echt genug essen das machen es ist keine das ist ein nichts wird vielleicht ganz kurz beschützen werden ich hier gerade holz abbauen ich glaube ich habe ja ich habe 28 fleisch das ist schon mal ganz gut okay dann kann ich auch glaube ich hier das ist noch mehr zuckerrohr wollen wir das nicht mitnehmen für bücher oder so doch lassen wir brauchen halt ich habe jetzt schon mal ein bisschen holz aber das können wir später noch mehr fahren wollen wir nicht erst mal das erste steinschwert machen das ist glaube ich sicherer okay warte dann mache ich hier kurz eine werkbank da ist dein du musst jetzt dann nicht nach unten kommen kannst du dich einfach hier rein in den berg reingraben oder da hier ist auch stein hier hier siehst du mich was aber darauf dass keiner kommt und ich nicht okay war das lange ist gestorben das war der wo wir verfolgt haben ich habe genug okay guck du mir hier kann es kurz beim baum ob da vielleicht irgendwie vielleicht ja lucky in apfel droppt ja ja er ist tot okay nice danke übrigens nicht wundern wenn die da noch darauf sind für kurze zeit wenn man stört habe einen der es kommt wie bei waro 4 also wenn man stirbt dann sport man an einer stelle am sporten glaube ich und dann ja hier rechts sind aber ne lasst aber nicht in die richtung da hinten war noch dass hier noch die die rennen von zweck die rennen von zweck ok nice 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 oh mein gott kurz war der moment kurzer schock oh mein gott die will ich kein to be to haben am anfang das kommt weiter kommt ihr sind doch mit diesen noch diesen diesen noch genau in die andere richtung gerannt also alles gut in die doch wiederum die sind einfach umgeklebt und die weiß glaube ich dass ich nicht schlecht bin und ich bin jetzt glaube ich nicht aber dann ist dann noch mehr zuckerraum wald statt sagen im wald bauen wir noch holz ab da bauen wir jetzt runter okay mit slash hort siehst du deine aufnahmezeit fällt mir auch gerade ein ich habe 30 und 3 das reicht glaube ich schon okay kommen hier dass hier noch ja lass aber lasse hier ja genau bau das gerade ab kannst du mir später geben hier bei mir ist noch mehr zuckerrohr ok das schnell lieber zu dir nicht dass sie gleich kommen werden jetzt gewinnen jetzt durchgehend auf und drauf gerannt ich glaube wir müssen hier geht es hier geht es runter hier geht es nicht runter alles gut alles gut ich komm bleib mal da wo du bist bitte kommen lass mal auf die hier genau hier rüber ist nämlich ja ich bin ich würde gerne noch ein bisschen weiter bauen also ich dann komme ich mal auf deine seite wieder nicht dass die dichter alleine angreifen ich gebe dir kurz hier ist das super brauchen wir hier das eisen ja lass aber ich würde mich lieber eher so runter bauen weil dann sind wir schnell auf die erhöhen ja was mich gesehen ja lass hier runter und dann zwei drunter wann siehst du mich in meinem namen du brauchst du brauchst noch mehr holz du hast wahrscheinlich gar nix an holz du hast du ich habe ich habe ich habe 33 bretter nicht da lang nicht daran da wo du lang geht es dann kommt hier siehst du mich und dann kann man ja hier mit erde zu bank ja aber wir brauchen noch mal holz holen noch mehr holz brauchst du holz ab und gibt es mir dann einfach ein bisschen ich mache mir ganz erst eine stein damit wir das eisen abbauen können ja okay dann brauche ich noch mehr holz ab hier macht das selber leckt ich noch ein bisschen aber ich denke spätestens ab der zweiten folge wird sich das wahrscheinlich beheben weil wir halt dann nur selber wenn die leute noch drauf sind ok shop also was heißt start überlebt also ist mit dem holzkraft und so also stein im schweck geworfen haben wir alles überlebt jetzt nur noch erste von überleben zu ende aber dieser moment als junkie da waren oder was hast du gesehen ob die stein oder holz schädter hatten stein glaube ich links habe ich habe keinen ob die fallen weil das ich kann mir das irgendwie ich habe mir das zwar downloaden aber dann kann es irgendwie nicht öffnen mega fällt das muss bei wachbecken immer ohne mod spielen leider ich habe jetzt über ein stack holz ich glaube ich einfach hier runter oder hast du hast du nicht du hast du nicht schnell ab und dann das hier dann brauche ich nämlich mit erde zu wir können vielleicht gesnipen aber ist erst mal glaube ich egal ich glaube in der zweiten folge seit jetzt noch niemand wir wollen heute eigentlich alle drei folgen aufnehmen weil morgen muss die erste noch geladen werden also wir nehmen das gerade am freitag genau was auch noch nicht schlagen lassen gut ok hier rein weil wir können es nicht schön ich hab nice oder für essen braten essen braten kannst du mir auch kannst mir auch eine genau danke ich brauche ich brauche stein stein ab für den ofen ja essen braten ist jetzt sehr wichtig du hast ja genug holz ich habe über ein stack und für die leute die es nicht wissen oder vielleicht haben wir schon gesagt weiß gar nicht es nicht mal bitte kannst du bitte mal kurz deine kraft hinterher platzieren und zwar sehen wir beide das projekt so als video war und neuen trainen trainingsprojekt eigentlich also ist auch cool dass wir jeweils dabei sind aber viele waren wieder weiß ich habe es halt noch krasser irgendwie versteht uns glaube ich schon oder ich habe die verstehen uns ich habe gestorben jonas ist wieder beigetreten dann kannst du mir bitte mal kurz zwei sticks oder ein bisschen holz generell geben gerade einfach die hälfte danke ich mache noch was macht noch mehr macht das ich bau die kohle hier weiter wir müssen bloß aufpassen dass die jetzt nicht uns irgendwie doch noch gesehen haben und dann da reinkommen aber das glaube ich schon nicht das ist weil ihr steckt ja aber trotzdem auch ja ok 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 ich habe jetzt zehn kohle ein stück hier ich war jetzt ja auch schon zuerst eisen ich will wasser weißt du vielleicht gibt man keinen kopf von da kommt wasser ich komme mal kurz zum wasser vielleicht geht es da so eine höhle ich war uns schon mal als eisenschwerter ok weil gleich ist das eisendruck macht dann du siehst ja mein gang einfach ok das wasser ich glaube das koordinaten nicht zeigen wenn du es in der aufnahme siehst dass du die gezeigt hast dann einfach die kohle bei euch gleich ab dann einfach ausblenden ich kenne so ein youtuber der ist bei einem wachow projekt gestorben in dem man sich nach unten straight gebaut und dann in der schlucht gefallen ist da kenne ich auch jemanden aber dem sagen sage ich jetzt nicht ich auch nicht das war nämlich mal mein mail dass nämlich auch mal durchgestorben der guckt bestimmt auch vielleicht das video ja also von welch ok sie musste nicht sagen ich hasse dass wir nicht nach einer stelle da bin ich nach dem wasser suche dass ich höre ok ich habe es gefunden ja hier scheint eine größere höhle zu sein ich nehme die öfen mitten kommen dann runter ok ja ich gucke muss aber trotzdem gucken lieber ja ich ist ja ja die ist auf jeden fall länger ob es da weiter geht du siehst ja den gang ja ich habe ja die ist größer auf jeden fall dies auf jeden fall größer er kommt mal gerade ganz kurz ich habe dir jetzt mir was darf ich habe das ins wasser hier das und die hälfte schon mal von gebratenen essen essen müssen hast du das lk hast beides lass mal das wasser ich baue das grad weg aber so damit man später noch mal holen kann ok ok aber dann lass in die andere richtung weil da geht die hülle weiter kohle brauchen wir nicht oder ich habe noch 15 das reicht jetzt ja ich habe 12 ich habe noch 12 da geht es weiter jetzt schon mal diesen jetzt schmeißen ok du bist da weiter gucken ich kann hier auch noch mal weiter ok hier kann man sich leicht verehren ok ist auch noch mal heißen ok hier oh mein gott ist ja was da geht es noch hoch mit wasser und da ich glaube wir müssen hier auf die andere seite ja hier geht es noch nicht mehr weit und hier kann man mit oh mein gott pass auf dass man gleich runter gehen ok geht zurück geht zurück geht zurück nicht hier runter fallen ich kann das mal falls lieber erst mal zu mit kurbel stone und wir es noch okay zurück ist auf dass noch einer ja das noch zwei nein scheiße der bogen wird weggesprengt aber der skelett hat den bogen getroppt hat das okay das nicht okay dann lass mal dann das mal wirklich darunter weil hier scheint keine kohle mehr zu sein hier scheint keine mehr zu sein dann komm her komm her lass da hin ich weiß noch wo das war das war hier pass auf ich brauche mich mal ok ok einfach runterspringen wer ist ein creeper da kommt warte ich greif den an mache man nicht genau mache man hinten geht dann zurück ich brauche kurz die lava weg damit wir dann nicht reinfallen ok ich habe den ich habe den bogen aufgesammelt nein ich habe jetzt ein bogen mit drei feilen also wenn jemand kommt ist beim einfach kurz mit drei feilen das ding ist wir müssen dass das länger als 15 minuten dauert die eine eine folge da geht es nicht weiter wir sind hier für 32 ich habe ganz kurz ja ja lassen wir da lang bei der lava genau das sauber auf ich habe noch mal eingebaut als ich preisen das auf hatte ich machen wir das nicht nicht zubauen dann fließt die lava dann fließt die lava so lang ja es war auch nicht okay vor uns das spinne nice für fäden angeles aber eh verbunden aber naja ja aber ich würde schon sagen dass wir direkt im anschließend jetzt nichts aufnehmen ok ja ja vielleicht dann ist ein gold nice one also ich nehme jetzt schon 16 minuten auf die lave okay alles gut alles gut sonst schon sauviel gold guck mal da unten ja da ja oh mein gott darf das gab mit eisen oder kohle verwechselt ich gehe jetzt auch noch mal runter ok wir haben eine ich dachte das ist holz von der menschacht alter dieser moment wenn du bei einem wahre projekt mal wieder ein menschacht entdeckt und fast bei jedem einen entdeckt hast nicht in lave oder so fallen ja bitte ja ich will hinter dir schwart gucken ob du da lang gegangen bist ich jetzt sagen ich schon hier so ein reflekt ist ja ich würde sagen stellen gleich die öfen auf und braten und schon mal unser ganz eisenwürfe eisen hast du ich habe 20 ok das ist sehr gut ich habe glaube ich mehr das sollten bereichen der zweite folge ich habe 29 also wir haben schon mal genug eisen für für iron aber es wird wahrscheinlich bloß nicht mehr braten bis ende der folge und die höhle hier geht immer noch hier weiter runter ich glaube wir sind gleich auf die höhe ja hier sind die erste folge als ob junge als ob wir die die haben ja als ob wir schreiben wir nein schreibt nicht schreibt nicht ne ok mach ich nicht aber oh mein als ob das hätte ich nicht gedacht du so ja hier könnten die aus sein und hier sind die es ja alles klar ich habe jetzt das ganze eisen dass ich ich mache in jeden fünf von meinen ich mache schon die eisenpick ok kann es mir gleich gerade eisen geben falls du einen schon eingesammelt das ich mach das kannst du dem eisen ich glaube ich das jahr sind genug für einen schaden schade aber wenigstens schon mal 4 ja aber hier ist zwar die unangenehmste zahl von dir ist aber die es in der ersten folge ich glaube das reicht völlig aus ja finde ich weiß aber wenigstens schon mal die erst noch eine eisenspitze genau macht das soll ich mal als der pickaxe machen da kannst du noch meine eisenspitze auch noch nehmen die brauchen wir haben noch eine minute noch ich habe zwei sie klar ja ich habe jetzt aber mit ihr picke sie brauchen wir eben später ich hab mir auch gerade ein bisschen bei der eisenspitze auch so was auch hier ist lava bei mir hier noch also nicht irgendwie nach rechts oder so da wird es ein laba fallen ich baue hier mal zu mit dem blöcken die nicht auffallen wobei das vielleicht doch schon relativ ja kann man mal machen nächste folge müssen wir dann ich glaube nicht dass wir weil wir die hülle ist ja nicht mal groß ich hab mich gerade vor deinem namen erschreckt so ein eisenbrustpanzer mich auch und da haben dann auch schon die es gab noch das hätte man im chat gesehen schreibt man sieht auch die erfahrung voll im chat ok ok ich habe jetzt gerade ein bisschen für mich gerade ist alles ok wir haben genug eisen ja ich habe auch noch mal zwei reisen ok nichts mehr rausnehmen jetzt kommt zu mir kommen schnell ist erste folge überlebt hätten fast ein fight gehabt boom und die eu wenn das die folge gefallen hat wird schlüsse über eine positive bewertung von ich habe es auch noch was sagen also ich finde es cool dass wir die erste folge überlebt haben auch dass das schon das am anfang ist spannend war mit dem mit ein begegnung und mit dem fast kill und da würde ich meinen besser gefallen hat das auch gerne bei mir doch nach oben sollten aber wenn es ihr noch nicht habt dann würde ich mal ein bisschen den video bleibt für euch tschau